Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über Kondensatoren. Kondensatoren sind diese Bauteile, die wir hier haben. Die gibt es also in sehr unterschiedlichen Formen. Einmal hier diese rötlichen und ockerfarbenen. Das sind keramische Kondensatoren. Die sind also aus dem Material Keramik gemacht. Und hier sind sogenannte Elektrolytkondensatoren oder kurze Elkos. Ein Pol davon ist flüssig. Die haben sozusagen ein Elektrolyt, eine leitende Flüssigkeit drin. Und das sind diese hier, die haben größere Kapazitäten. Was Kapazitäten sind und was es damit auf sich hat, gucken wir uns gleich an. Aber im Wesentlichen als erstes Modell kann man sagen, das sind die kleinen Brüder einer Batterie. Die können also Ladung aufnehmen und Ladung abgeben, wie eine Batterie. Und wenn man Strom entnimmt, dann sinkt die Spannung langsam ab. Und da kann man aber auch Strom reinschicken und dann steigt die Spannung wieder. Und wir wollen uns das mal angucken. Hier einer ganz primitiven Schaltung. Wenn wir hier, also gehen wir mal kurz durch. Wir haben hier kommt die positive Spannung von der Batterie. Dann geht sie über einen Taster und über einen 100 Kiloohm Widerstand und nochmal über einen Taster und dann über den 3K9 Widerstand hier zur gelben LED. Und wenn wir die beide an drücken, dann sehen wir, dass die LED ganz leicht klimmt, kaum merklich. Ja, weil einfach der Strom viel zu gering ist. Wenn wir jetzt aber einen Kondensator hier reinstecken und das ist der hier. Da steht hier drauf, wo haben wir denn die Beschriftung? Hier steht also drauf 10 µF, zweite Zeile und über 35 Volt. Bis zu der Spannung kann man den Kondensator betreiben. Und er hat auch eine Polarität. Man sieht hier ein Anschluss ist der negative Pol. Das ist wieder der gerade kurze und den etwas längeren habe ich wieder so gebogen, wie wir das bei den LEDs schon gemacht haben. Und wenn ich den jetzt mal hier so reinstecke, dass der zwischen den beiden Widerständen ist. So. Dann, wenn ich die obere Taste drücke, dann fließt der Strom über diesen 100 Kiloohm Widerstand in den Kondensator rein. Der lädt sich auf. Da sammelt sich die Ladung. Und dann steigt die Spannung und dann lasse ich den Taster wieder los. Machen wir das mal kurz. Ich drücke den hier. Während ich rede, fließt hier ein Strom in den Kondensator rein. Und wenn ich jetzt die untere Taste drücke, dann leuchtet die LED kurz auf. Zack. Da hat man es gesehen. Ich mache es nochmal. Laden und entladen. Dann fließt sozusagen wieder Ladung über diesen 3K9 Widerstand hier runter. Wenn ich also beide anmache, dann passiert kaum was, weil natürlich der Strom hier direkt runter fließt. Aber wenn ich den unteren Taster ausmache, dann fließt der Strom in den Kondensator. Die Spannung steigt. Und hier kann ich die Ladung wieder über diesen Widerstand sozusagen ableiten. Und wenn wir uns das ein bisschen genauer angucken. Dann vielleicht kommen wir noch mal kurz hier zur Batterie. Also das hier ist ja unser übliches Batteriesymbol. Und wir haben ja da schon Motoren angeschlossen. LEDs, ICs, das Poti. Also irgendein Verbraucher. Und ich ersetze das mal durch einen Widerstand R. Und diese Batterie hat die Spannung U. Und dann fließt hier natürlich ein Strom I nach dem Ohmschen Gesetz. Und der entnimmt dieser Batterie natürlich Ladung. Und die Ladung sinkt hier und mit der Ladung auch die Spannung. Das heißt, man kann sagen, die Spannung der Batterie ist proportional, so eine Wellenlinie, zur Ladung Q. Das ist ein neues Symbol. Q steht für die Ladung. Jedes Elektron hat eine kleine negative Ladung und ganz viele Elektronen haben dann eine größere Ladung und die Einheit der Ladung ist Coulomb. Und Coulomb, das kann man auch bezeichnen als Ampère mal Sekunde. Das heißt, wenn man eine Sekunde lang ein Ampère fließen lässt, das ist natürlich ein sehr großer Strom, aber bei einem Motor kommt es durchaus vor, dann hat man eine Ladung von ein Coulomb abgekürzt mit C. Das ist ein bisschen verwirrend. Das ist sozusagen das Symbol für die Einheit der Ladung. Aber gleichzeitig nimmt man auch C als Symbol für den Kondensator. Also hier, vielleicht schreiben wir hier nochmal hin. Die Ladung Q in Coulomb ist also der Strom mal die Zeit für einen konstanten Strom. Wenn ich also eine Sekunde lang exakt ein Ampère fließen lassen, und zwar in jedem Moment dieser Sekunde, dann habe ich danach ein Coulomb. Wenn der Strom sich verändert über die Zeit allgemein, ist das natürlich das Integral. Das heißt, Q ist das Integral eines zeitabhängigen Stroms über die Zeit, sagen wir von 0 bis T. Aber für konstante Ströme ist es einfach hier das Produkt. Wenn ihr also das zu eurer Mini-Formelsammlung dazunehmen wollt, dann kann man hier natürlich sagen Q durch I mal T. Das gibt 1. Also wenn man Q abdeckt, dann weiß man, das ist I mal T. Der Strom ist Q durch die Zeit. So und so viel Coulomb pro Sekunde. Das ist der Strom. Aber allgemein, wenn der Strom nicht konstant ist, dann kann man also sagen, wenn man das jetzt umdreht, dann ist I die Ableitung nach der Zeit Q Punkt. Oder meinetwegen auch DQ nach DT. Okay, dann haben wir das hier. Jetzt kommen wir zum Kondensator. Der Kondensator ist jetzt, für den gilt genau das gleiche wie für die Batterie. Der hat auch ein ähnliches Symbol, nämlich einfach zwei solche Platten oder Anschluss oben und unten. Und wenn man den aufbaut, dann kann man das einfach auch mit zwei Metallplatten machen, die einen gewissen Abstand haben. Und hier sind die Anschlüsse nach oben und unten. Und je größer diese Platten sind, desto größer ist auch die Kapazität des Kondensators. Dazu kommen wir gleich. Wenn also jetzt hier ein Strom reinfließt und natürlich dann gleich großer Strom hier unten wieder raus, dann sammeln sich hier positive Ladungen. Und hier diese Platte wird immer negativer geladen. Und diese Ladungsdifferenz, die baut hier ein elektrisches Feld auf. Würdet ihr dazwischen sein, würden euch die Haare zu Berge stehen. Aber die Platten sind natürlich ganz ganz nah beieinander. Und dann baut sich eine Spannung auf. Und die Kapazität des Kondensators sagt was darüber auf, wie groß diese Flächen sind und wie klein der Abstand ist. Je größer die Fläche A dieser Platte ist und je kleiner der Abstand d zwischen den Platten ist, der ist mit einem Isolator dazwischen. Der Isolator, das ist das sogenannte Dielektrikum. Zum Beispiel, das kann Luft sein, das kann aber auch Glas sein oder Glimmer. Also irgendwas sehr gut isolierendes. Desto größer ist die Kapazität. Und die Kapazität des Kondensators, die wird gemessen mit der Einheit Fahrrad. Ohne H Fahrrad mit der Abkürzung F. Und das ist eigentlich im Prinzip die Proportionalitätskonstante. Wenn ich so und so viel Ladung auf die Kondensatorplatten aufbringen, wie hoch ist dann die Spannung. Das hängt von dem elektrischen Feld ab. Man kann also sagen, auch hier die zweite Pyramide Q durch U mal C. Und dieses C ist jetzt nicht mit Coulomb mit der Einheit hier zu verwechseln, sondern das steht für die Kapazität. Capacitor ist der Kondensator. Also auch das gibt eins. Und da sehen wir jetzt die Spannung U, die wir hier an den Kondensatorplatten messen. Die ist Q durch C. Also die Ladung durch die Kapazität des Kondensators. Man kann es auch als die Definition des Kondensators sehen. Die Kapazität wird dadurch definiert, wenn ich eine Ladung Q aufbringe. Welche Spannung messe ich dann an den Platten? Und sozusagen dieser Zusammenhang zusammen mit dieser Formel hier. Da kann man jetzt ausrechnen, wie die Spannung am Kondensator steigt. Wenn ich also jetzt hier sozusagen die Ladung des Kondensators mit Konstantstrom, Ladung, also die Aufladung, sagen wir mal, die Aufladung des Kondensators, Kondensators mit konstantem Strom. Die sieht so aus. Hier kommt hier ist ein Kondensator C und hier kommt ein Strom I an und dann will ich die Spannung UC messen. Also die Spannung, die dann hier an der Kondensatorplatte zu messen ist. Dann gilt eben folgendes. Die Ladung, die man in den Kondensator reingibt, die ist den Strom, der hier rein fließt, mal die Zeit T. Und die Spannung wiederum ist, hier haben wir es, ist eben diese Ladung durch C, die Kapazität, die wir hier haben. Also wenn ich das einsetze, dann ist es den Strom mal die Zeit durch die Kapazität. Einfaches Beispiel, ein Ampere, eine Sekunde und ein Fahrrad, dann ist die Spannung auf ein Volt gestiegen. Tatsächlich sind aber die Kapazitäten, es gibt zwar auch Kapazitäten mit einem Fahrrad und noch größer, aber die, die wir hier haben, den kleinsten Kondensator ist 22 Pico-Farad und Pico nochmal zur Änderung, das sind 22 mal 10 hoch minus 12 Fahrrad, also sehr klein und so weiter und so fort. Bis ein Mikro-Farad geht es hoch und dann haben wir die zwei Elektrolyt-Kondensatoren, 10 Mikro-Farad und 100 Mikro-Farad. Da sind sie aufgedruckt, also den hatten wir uns schon angeguckt. Nehmen wir mal den mit den 100 Mikro-Farad. Wo steht es drauf? Hier 100 Mikro-Farad 35 Volt und hier dieser Anschluss ist Minus. Das ist also quasi der Kürze. Nicht vertauschen, denn quasi hier ist die Kathode, also hier der negative Anschluss, der mündet in einer Flüssigkeit, dem sogenannten Elektrolyt und der positive Anschluss, der ist durch eine chemisch aufgeraute Platte gemacht. Wenn man bei einer Oberfläche die porös macht, dann wird die Oberfläche größer und so wie bei der Lunge, die Lungenbläschen erhöhen die Oberfläche. Je mehr Struktur hier drin ist, desto größer ist die Oberfläche und man kann also die Oberfläche nicht nur größer machen, indem man die Platte größer macht, sondern auch indem man die Oberfläche der Platte strukturiert und das kann man chemisch machen. Es gibt auch andere Methoden und dann wird eine isolierende Oxidschicht drüber gemacht. Also in der Regel sind das Aluminium-Kondensatoren, das heißt Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, das ist also Aluminium und hier ist Aluminium-Oxidschicht drüber, die isoliert und dann wird das umflossen von dem Elektrolyt. Das ist dann sozusagen die Kathode und das hier geht an den positiven Anschluss und dadurch kriegt man eben diese höheren Kapazitäten zustande. Und Mikrofarad nochmal, das ist natürlich hier die 10 Mikrofarad wären 10 mal 10 hoch minus 6 Farad, also immer noch sehr klein. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel ein Megaohm haben, ein sehr und hier ein Mikrofarad oder sagen wir 10 Mikrofarad, dann fließen hier ein Mikroampere, also wenn der Kondensator entladen ist und hier 0 Volt sind, wie eine ganz leer geladene Batterie, dann werden hier ein Mikroampere und wenn der 10 Mikrofarad hat, dann würde das sozusagen 10 Sekunden gehen, bis die Spannung auf 1 Volt hochgestiegen ist. Allerdings ist hier das Besondere, wir haben überhaupt gar keinen konstanten Strom mehr. Wenn wir hier also 1 Volt haben und hier 0 Volt, dann haben wir 1 Volt durch ein Megaohm, ist ein Mikroampere. Aber in dem Moment, wo die Spannung auf 0,1 oder 0,2 Volt hier gestiegen ist, dann fließen ja keine 1 Mikroampere mehr über den Widerstand, dann haben wir hier nicht mehr 1 Volt, sondern 1 Volt minus 0,2 Volt, dann sind es hier nur noch 0,8 Volt, dann sind es auch noch nur noch 0,8 Mikroampere. Das heißt, dann lädt er sich langsamer auf. Und die Kurve, die sich daran ergibt, die sieht eben nicht mehr so aus. Also hier haben wir die Zeit T und hier über die Spannung UC am Kondensator, das wäre also jetzt hier an der Stelle. Und bei einem linearen Strom, sozusagen, oder so meinem konstanten Strom, I-Konstant, da würde das einfach größer werden, größer werden, größer werden, bis die Spannungen, die 35 Volt überschritten wären, dann irgendwann lädt sich der Kondensator auf, platzt auf. Sondern das sieht so aus am Anfang, geht es zwar so hoch, aber dann ist ja die Spannung am Kondensator höher. Und wenn die Kondensatorspannung höher ist, dann nimmt der Strom hier ab. Das heißt, dann steigt es nicht mehr so schnell an und so weiter und so fort. Und wenn man das macht, dann ergibt sich hier diese Funktion und das ist die Ladung bei so einem RC-Glied, also ein Kondensator und ein Widerstand. Und diese Spannung hier oben, wo das dann aufhört, das ist natürlich in dem Fall hier die 1 Volt bzw. was immer hier für eine Spannung ist, zum Beispiel die Batteriespannung. Das heißt, allgemein hier gibt es so eine E-Funktion und die Formel für die Aufladung ist, U-Kondensator ist die maximale Batteriespannung, also das wäre dann hier zum Beispiel die Batteriespannung, mal und dann haben wir 1 minus E hoch minus T durch RC. Das heißt, der Kondensator und der Widerstand, die gehen hier ein, die Zeit, diese Variable geht hier ein und dann 1 minus die E-Funktion und U-B ist eine Konstante. Dasselbe oder so ähnlich gilt es auch für die Entladung. Als wir dann die LED hier angeschlossen haben mit dem Vorwiderstand, dann wurde das quasi so entladen. Also machen wir das auch noch. Die Entladung sieht also so aus. Wir haben schon einen geladenen Kondensator. Ich nehme jetzt mal hier so einen keramischen ohne Elektrolyt. Da spielt die Polung keine Rolle. Der kann also hier positiver sein als hier oder umgekehrt, weil der ist wirklich nach dem Prinzip der Platten aufgebaut, ohne Elektrolyt. Und sagen wir mal, der ist auf eine Anfangsspannung U geladen und dann, und er hat eine Kapazität C und hier ist der Widerstand R und dann entlädt er, sagen wir, dass er sein positiver mal, aber das kann auch umgekehrt dann würde, über diesen Widerstand, äh, über diesen Strom I hier, so würde sich das entladen. Aber dann, wenn er sich entlädt, dann nimmt er hier auch die Spannung wieder ab. Das heißt, dann haben wir ein kleineres U durch R, also einen kleineren Strom und dadurch wird es auch langsamer. Und das ist genau die gespiegelte Kurve hier. Das heißt, das sieht dann natürlich so aus. Das fängt hier bei U an, wenn der Kondensator klar ist. Und dann geht es hier so runter nach da. Hier ist die Zeit und es nimmt dann hier noch eine E-Funktion, nimmt es dann ab. Und das ist quasi fast die identische Formel, nur dass wir hier nicht 1 minus haben. Das ist dann sozusagen in diesem Fall, haben wir UC ist gleich UB, wenn wir das hier wieder UB nennen, mal, ja, und jetzt hier nicht 1 minus, sondern einfach E hoch minus T durch RC. Und diesen Term hier, den, also sozusagen am Anfang wird das mit UB geladen. Und in dem Moment, wo das hier losläuft, das können wir natürlich jetzt auch UC nennen, hier die Kondensatorspannung, die nimmt dann langsam ab. UB ist es praktisch nur am Anfang, wenn man das drauf gibt. Man kann das auch so zeichnen, dass man jetzt hier eine Batteriespannung U-Batterie nimmt. So, die ist hier auch mit angeschlossen. Und hier nehmen wir einen Taster. Und wenn wir die Taste gedrückt halten, dann wird es hier auf UB aufgeladen. Dann sozusagen der Kondensator hat dann dieselbe Spannung wie die Batterie. Aber sobald man den Taster aufmacht, da fließt dann der Strom sozusagen hier rüber und hier runter. Wenn die Taste geschlossen ist, dann fließt natürlich der Strom hier von der Batterie hier rüber. Aber in dem Moment, wo man es aufmacht, dann wird der Kondensator entladen. Und dieser Term hier, r mal c, hier und hier, das nennt man die sogenannte Zeitkonstante. Und die kürzen mit Tau ab. Tau gleich r mal c. Und das könnt ihr euch z.B. mal überlegen, wenn man die Definition Ohmschutzgesetz für den Widerstand nimmt. Und die Definition für die Kapazität. Also U gleich r mal i. Und das hier. Und das hier. Dann kommt tatsächlich raus, dass die Einheit Ohm, was ja Volt durch Ampere ist. Und die Einheit für die Kapazität, also Fahrrad. Wenn man die multipliziert, dann kriegt man als Einheit Sekunde raus. Und quasi nach einer Sekunde, also wenn die Zeit, Entschuldigung, nicht nach einer Sekunde, sondern wenn die Zeitkonstante Tau einmal verstrichen ist, dann sind wir, nehmen wir hier mal die Aufladung, nach einem Tau sind wir hier bei 63% angekommen. Das ist also nach einmal Tau. Und ungefähr nach 5 Tau, da sind wir hier bei fast 100%, 99,9% so was, sind wir also fast aufgeladen. Bei 5 Tau kann man sagen, die Aufladung ist abgeschlossen. Und genauso gilt es auch hier. Nach 5 Tau ist der quasi entladen. Und nach einem Tau sind wir hier auf 37% von der Anfangsspannung. Denn häufig rechnet man das auch nicht mit Formeln aus, sondern überschlägt es kurz und sozusagen kann das einfach ausrechnen. Denn ein Megaohm mal 10 µF, Mega und Mikro kürzt sich weg. Das hat also hier, dass sie eine Zeitkonstante Tau von 10 Sekunden. Ja, und so was ähnliches haben wir auch schon kennengelernt. Diese Kurve hier beim Motor, wenn ihr euch erinnert. Und zwar sah das so aus, dass wir hier beim Motor hatten wir die Ersatzschaltung des Motors. Und die Ersatzschaltung ist ein Widerstand mit einer Spannungsquelle. Das ist also U Back EMF. Und das war der Motor Innenwiderstand, R Motor. Da machen wir mal ein gestricheltes Gehäuse drumherum. Und da geht natürlich eine Achse raus mit einer Rotation Omega und mit einem Drehmoment M. Und hier kann man jetzt eine eine Spannungsquelle anschließen. Ja, also U 9 Volt, unsere Batterie. Und wenn ich den Schalter schließe, dann fängt... Hier ist sozusagen die Zeit. Hier schließe ich den Taster und das ist die Rotationsgeschwindigkeit. Und dann sieht man, dass die hier so hoch läuft, aber dann nicht mehr schneller wird. Und das ist genau die gleiche Funktion. Und es liegt an demselben Verhalten. Nur haben wir hier kein Kondensator, sondern die Rotation der Spule im Magnetfeld hier. Und die produziert hier eine Spannung. Aber es ist wie beim Kondensator. Je schneller der sich hier dreht, desto höher steigt die Spannung. Und desto weniger ist der Strom. desto weniger groß ist der Strom. Und bei dem Motor ist es genauso. Je schneller der sich dreht. Und beim Kondensator, je weiter der aufgeladen ist. Deswegen ist das die gleiche Kurve. Also kann man sagen, es gibt eine gewisse Analogie zwischen Motor und Kondensator. Wenn man das sozusagen an eine Batterie und eine Spannungsquelle anschließt. Und der Benni, der gerade an seiner Dissertation schreibt, hat mir ein nettes Video gegeben. Das wollen wir uns zusammen angucken, wo man diese Kurve auch sieht. Und zwar mit dem Roboter Myron. Schauen wir uns das doch mal an hier. Wir sehen hier den Roboter Myron und er soll diesen waagrechten Strich nachzeichnen, der da im oberen Feld ist. Und wir sehen hier er setzt den Stift an in der von ihm aus gesehen linken unteren Ecke. Und versucht dann sein Bestes. Und wir sehen, es gibt tatsächlich so eine Ladekurve von dem Kondensator. Ja und der Grund dafür ist natürlich ganz klar. Hier ist quasi die Ziellinie. Und der Roboter fängt hier unten an. Und der Abstand hier ist. Und hier soll er hinkommen. Der Abstand ist sehr groß. Dann ist sozusagen ein hoher Strom beim Kondensator. Aber hier beim Motor wird er stark angesteuert. Dann macht er eine große Bewegung. Und je näher an die Ziellinie kommt, desto weniger wird Spannung auf den Motor gegeben. Desto geringer ist der Strom und desto näher bleiben wir hin. Und dann gibt es auch wieder diese Kurve. Das haben wir also jetzt beim Motor und beim Kondensator. Und hier beim Roboter sieht man das auch direkt im Verhalten. Und damit lassen wir es gut sein für dieses Video. Das war schon wieder sehr viel Inhalt. Und wir freuen uns. Ich jedenfalls freue mich aufs Nächste. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss. Wir sehen uns. Vielen Dank.